Ich hatte nur diesen einen Auftrag. Ich will die Welt kennenlernen. Könntet ihr mir bei der Rückkehr ins Weltall behilflich sein? Das stimmt doch etwas nicht. Und wir sollen ihm helfen. Gemeinsam schaffen wir es, dass er auf seinen Planeten zurück kann. Ich will auch ein bisschen helfen. Die Erwachsenen dürfen nichts davon wissen. Ich will es auch sehen, wenn dieses Raumschiff abhebt. Echt idiotisch. Ich möchte nicht, dass ihr euch weiter für mich in Gefahr begebt. Wir bringen dich zurück in deine Heimat. Weißt du, es ist so, ich habe gelogen. Es tut mir leid. Meine jetzige Persönlichkeit wird wahrscheinlich bald nicht mehr da sein. Was bedeutet das? Dann sehen wir uns nie wieder, oder? Ist es das, was du willst? Kannst du das denn nicht verstehen, Yuma? Möchtest du sie nicht noch einmal sehen? Das muss jetzt einfach funktionieren. Okay. Kriegen wir hin. Das Versprechen, das wir nicht halten konnten, werden sie. Wir haben es versprochen. Und ich schwöre dir, dass ich nachkommen werde. Ich hab dich auch sehr lieb, Yuma. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.